Wie sollt ihr was geht? Willkommt hier zu meinem ersten Video und das ist mein kleiner Kanal, wo ich euch zeigen werde, was ich alles auf diesem Kanal machen werde. Ich werde Vlogs drehen, wie ich in den nächsten zwei Wochen in der Türkei bin. Und in diesen zwei Wochen versuche ich jeden Tag ein Video herzustellen. Vlogs, Real-Life-Stories, kleine Lifehacks, Apps, Hacking, alles mögliche, was ihr halt braucht. Und falls ihr etwas dabei haben wollt, was ich jetzt nicht gesagt habe, dann schreibt es mir in die Kommentare. Das war alles noch von mir. Ich habe es euch gefallen. Lass einen Daumen hoch auf diesem Kanal wieder. Bis dahin, tschau Leute!